hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir es freut mich riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns drei gründe an die für einen weiteren positiven trend des bitcoins sprechen außerdem gucken wir uns an wie der bitcoin theoretisch 75.000 dollar erreichen könnte wenn er die rally von 2013 wiederholen würde und zu guter letzt gucken wir uns noch das thema rund um es hier im 2.0 und das thema staking an das dazu führte dass wir eine massive akkumulationsphase ausgelöst haben gucken wir uns das allererste thema an und hierbei geht es vor allem eben um drei gründe die dafür sprechen dass der bitcoin in der nächsten zeit einem positiven trend folgen wird wir haben es alle mitbekommen dass der bitcoin gerade er seitwärts bewegungen ja letztendlich durchläuft wir haben keine wirkliche volatilität gerade es ist alles sehr sehr ruhig aber dennoch scheint es so als gäbe es immer mehr fundamental daten die sehr sehr positiv aussehen und die eben auch ein bullisches szenario für immer wahrscheinlicher halten und zusätzlich zu diesen gibt es eben auch noch andere aspekte die dafür genutzt werden um hier diese positive stimmung weiter zu kommunizieren und daran zu glauben dass der bitcoin also noch mal aus seinem winterschlaf in anführungsstrichen ausbrechen kann zum einen wird hier das order book von bit phoenix genannt denn hier gibt es gerade eine sehr sehr starke unterstützung bei 9500 dollar also sieht man hier ganz klar dass es sehr viele order book unterstützungen gibt die also dafür oder dazu genutzt werden könnten dass also der bitcoin nachhaltig weiter ansteigt hier wurde eine heat map die haben wir uns bereits in einem der letzten videos angesehen veröffentlicht in der das dann relativ gut zu sehen ist dass es halt einfach in diesem bereich von 9500 dollar eine sehr sehr starke unterstützung gibt und viele interessenten die eben ein interesse daran haben dann in den markt einzusteigen was also schon mal ein sehr sehr positives zeichen ist aber ob es dann ausreicht dass der bitcoin wirklich dann noch mal die 10.000 dollar angreift in der nächsten zeit das ist natürlich offen dann haben wir hier dass immer mehr meiner angefangen haben bitcoin zu akkumulieren und das liegt vor allem daran dass einfach obwohl wir das haben erlebt haben und dass diese block rewards tatsächlich jetzt natürlich stattgefunden haben aktuell werden also nur noch 6,25 bitcoin pro block an rewards rausgegeben haben sich die zahlen der aktivität weiter erhöht obwohl ja viele davon ausgingen dass immer mehr meiner kapitulieren werden und eben nicht mehr meinen werden so jetzt haben wir also die absolut höchste geschwindigkeit seit juni 2014 und das zeigt natürlich ganz klar dass der bereich der bitcoin meiner extrem aufgerüstet wurde dass immer mehr sehr sehr gute hardware am start haben dass es immer mehr markt teilnehmer gibt das heißt dadurch erhöht sich natürlich auch automatisch die sicherheit des netzes das ist natürlich ganz klar auf der anderen seite sieht man aber dennoch obwohl das eben viele anders erwartet haben dass wir eher mehr meiner und mehr aktivität in der block chain haben als es eigentlich der fall war davor und wir haben solche hohen werte wohl noch nie vorher gesehen das ist natürlich eine super positive sache und dazu wurde noch folgendes gesagt es gibt zwei arten von signifikanten einbrüchen bei der difficulty und ich betrachte sie nicht beide als meiner kapitulation preis induziert und halbierungs induziert letztendlich zeigt es einfach dass wir hier definitiv noch ein bullisches zeichen haben dass man denke ich auch so werten kann und zu guter letzt gibt es noch die aussage dass die aktienmärkte gerade wieder sehr sehr stark ansteigen obwohl wir uns aktuell noch in einer pandemie befinden und wir vor einiger zeit noch mal oder grundsätzlich einen heftigen crash erlebt haben und man muss eben auch dazu sagen dass eigentlich die aktienmärkte keine wirkliche korrelation zum bitcoin markt aufweist aber es gibt natürlich ganz klar wenn die zahlen wieder sehr sehr positiv werden immer mehr interessenten um ihr kapital weiter zu streuen um es weiter zu diversifizieren weil sie einfach mitbekommen haben dass der bitcoin unglaublich viel potenzial mit sich bringt und vor allem in den letzten jahren die meisten assets eben auch performen konnte und da macht es natürlich sinn gerade in dem moment wo ich wieder einiges an geld mit meinen aktien verdient habe dieses geld dann dafür zu nutzen um entweder weitere aktien zu kaufen oder eben auch mal in crypto währungen zu investieren und das ist eben jetzt so ein bisschen die hoffnung dass dadurch dass die aktienmärkte wieder sehr sehr ordentlich angezogen sind und wir kurz vor einigen all time highs hier stehen dass eben diese personen dann anfangen oder diese investoren anfangen dann in den bitcoin so ein bisschen umzuschichten um ihre positionen zu stärken und ihr portfolio zu erweitern das sind auf jeden fall sehr sehr positive aussichten und diese drei gründe denke ich kann man auch so stehen lassen aber ob das letztendlich natürlich der springende funke ist um den bitcoin preis hier nochmal nach oben zu katapultieren das ist sicherlich fraglich da wir auch in den letzten jahren häufiger miterlebt haben dass die fundamental daten sehr sehr positiv aussahen das war vor dem having natürlich auch so und auch 2019 war kein schlechtes jahr das muss man definitiv so sagen und jetzt sind wir natürlich erstmal gespannt ob wir 2020 solch ein ja schönes hoch noch mal erleben können dass wir vielleicht sogar aus dem letzten jahr die 14.000 dollar überschreiten können was von dem ganzen thema schreibt das gerne unten in die kommentare falls ihr euch grundsätzlich mit dem thema bitcoin und crypto währungen auseinandersetzen solltet ihr euch auf jeden fall den ersten link in der video beschreibung angucken gucken wir uns das zweite thema und hierbei geht es vor allem um die aussage dass der bitcoin theoretisch jedenfalls die 75.000 dollar pro bitcoin erreichen könnte wenn die rally von 2013 sich wiederholt denn wir haben aktuell ein fast perfektes muster aus dem jahr 2013 was jetzt gerade wieder durchlaufen wird und das zeigt auf jeden fall dass wir theoretisch in der lage wären innerhalb weniger wochen auf 75.000 us dollar anzusteigen was ist also passiert 2013 haben wir einen höchststand von 1300 dollar erleben dürfen und da stieg der bitcoin nach dem muster um knapp 700 prozent nun hat sich dieses muster wiederholt und nun gehen also einige personen davon aus und das sieht man hier relativ gut dass wir also noch mal das gleiche muster nicht nur durchlaufen sondern dass wir dadurch also auch ein neues all time high erreichen könnten und das würde natürlich in den nächsten wochen tatsächlich anstehen wenn dieser graf tatsächlich der prognose hier weiter folgen würde aber es ist eben nur eine prognose es ist reine spekulation und niemand weiß was wirklich passiert denn die geschichte die wiederholt sich natürlich niemals eins zu eins das muss man hier auch ganz klar hervorheben und das wäre zwar schön wenn wir hier die 75.000 dollar dann am ende sehen könnten aber ich glaube persönlich nicht daran dass wir jetzt in der nächsten zeit noch mal 700 prozent nach oben schießen würden oder werden denn ja dann würde sich natürlich die marktlage grundsätzlich sehr sehr stark verändern und das ergibt einfach diese anzeige nicht dafür dass das in der nächsten zeit passiert vor allem weil wir 2013 auch miterlebt haben dass mr gox hier gehackt wurde wie wir alle mitbekommen haben die denn dafür verantwortlich waren dass es einen sehr starken zusammenbruch gab einen riesigen kurs absturz und so weiter und viele verbinden eben mr gox mit diesen 1300 us dollar die dort erreicht worden sind letztendlich ist das natürlich auch spekulation aber wir haben dieses riesige event ob es positiv oder negativ ist in dieses jahr eigentlich nicht klar wir haben das harming aber das würde ich nicht auf die gleiche ebene mit setzen und andere marktanalysten wie zum beispiel philp sprechen eben darüber dass der bitcoin vielleicht die 10.000 dollar noch mal überschreiten wird aber dass er höhere zahlen nicht zu erwarten sind das ist jedenfalls so die aussage man hört also aktuell sehr sehr viel viele verschiedene prognosen und ich würde hier einfach dazu raten dass man sich die ein oder andere seriöse prognose einfach mal anguckt anhört und daraus dann seine eigene strategie einfach ableitet beziehungsweise ja diese eben entsprechend anpasst gucken wir uns das letzte thema an und hierbei geht es um ethereum 2.0 ich glaube das ist auch ein change auf den wir alle warten das ganze wird ja in q3 dieses jahr dann tatsächlich stattfinden hier wird ja das konsens modell von proof of work to proof of stake umgestellt ethereum 2.0 ist dann also das ergebnis und dann hat jeder die möglichkeit mit mindestens 32 ethereum ja tatsächlich hier zu staken und das macht natürlich deswegen sinn weil man hier wirklich gute renditen erwarten kann und was ist natürlich mit dieser ankündigung ganz klar einhergegangen es gibt nämlich immer mehr wallets die angefangen haben hier mindestens 32 ethereum zu akkumulieren hier sind wir alleine in diesem jahr um 13 prozent nach oben gegangen und da gibt es auch noch die aussage von der forschung von arcane die sagt nämlich fast 120 ethereum wallets mit einem fassungsvermögen von über 32 ethereum sind bereits zum staken diese zahl ist im vergangenen jahr um 13 prozent gestiegen man sieht also ganz klar dass das interesse hier an ethereum immer weiter steigt und ganz klar wenn immer mehr anfangen zu akkumulieren dann muss auch automatisch natürlich der preis nach oben gehen und man sieht hier auch schön die entwicklung der ganzen wallets die über 32 ethereum gerade halten denn das ganze ist einfach super rendite freudig und ich glaube viele werden langfristig dadurch sehr sehr gutes geld verdienen wir werden jetzt natürlich noch einige zeit warten müssen bis das tatsächlich dann auch vom testnet dann quasi live geschaltet wird wenn es hier dann wirklich aktiv genutzt werden kann aber ich glaube das ist einer der größten game changer die wir dieses jahr erleben dürfen und das führt sicherlich dazu dass wir hier noch weitere sehr sehr interessierte investoren haben werden die dann anfangen in dem markt aktiv zu werden um selber positionen aufzubauen was haltet ihr von dem ganzen thema schreibt gerne mal in die kommentare ansonsten hoffe ich natürlich dass euch dieses kurze und informative video gefallen hat falls es so war würde ich mich riesig über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erstmal ab oder lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder tschau tschau